Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und zwar heute mit einem neuen Video. Ja, wäre auch Quatsch, wenn es ein altes Video wäre, so wie die ganzen YouTuber, die sagen ja mal, heute ein neues Video. Ja natürlich, was denn sonst? Ja, ich habe die Ahoy Waldbrowser mit am Start, die habe ich noch über von meinem Opening, die darf ich hiermit begrüßen. Und ja, es gibt zwei neue Items aktuell auf dem PB für League of Legends für Toplaner. Ja, kann ich direkt voraussagen, es wird auch vielleicht für den einen oder anderen Champion dabei sein. Das Ganze werden wir jetzt klären. Grundsätzlich muss man sagen, gibt es ja jetzt einige Änderungen, lol. Das heißt, Jungler wurden ja jetzt aktuell mehr oder weniger genervt, beziehungsweise der Early Game Impact wurde reduziert auf den Lanes. Dann wird ja auch Artic Carry auch schon angegangen. Die Crit Items sind aktuell auf dem PB, dass sie auch später gut zu kaufen sind, beziehungsweise später gut skalieren. Kann man grob erstmal so zusammenfassen. Und jetzt kommen die Toplaner dran. Toplaner ist das Problem, ist einfach eine Insel, haben unglaublich wenig Impact im Game und die brauchen wirklich, wirklich mehr Impact. Da wird schon lange beschwert darüber, dass sie ja nicht, einfach nicht genug Einfluss im Spiel haben. Und da haben wir als erstes Spear of Sojan. Und zwar ist dieses gute Ding, kostet 3000 Gold, ist damit ein Endgame-Item, aber dennoch relativ günstig für dieses. Es gibt ja welche, die hier auch 3, 7, 3, 5 kosten. Gibt 65 AD, 200 AP und 10% CDR. Ja, für wen ist dieses Item gemacht? Für Champions, die gerne sehr, 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 sehr viel AD bauen, aber dennoch sehr hart in den Gegner rein wollen, in die gegnerische Mannschaft rein wollen. Gutes Beispiel hier wäre Riven. Ja, Riven stackt massiv viel AD und springt dann in 3, 4, 5 Leute rein. Anderes gutes Beispiel wäre zum Beispiel Wukong. Ja, der macht im Prinzip auch genau dasselbe, stackt seine AD und springt dann rein mit seiner Ultimate. Und diese Champions leben davon, dass die Gegner schneller sterben, als sie selbst nur mehr oder weniger. Natürlich skaliert Rivens Schild auch mit AD. Dieses Item soll diesen Champions helfen zu überleben, denn es hat 2 Passives. Die erste Passive ist, ihr reduziert den Schaden von Champion-Attacks und Abilities, also allem quasi, um 10 Flat-Wert plus 15% von eurer Bonus-Attack-Damage. Ja, wenn wir das also mal nehmen, wird unser Damage hier um 22 reduziert, wenn wir dieses Item mit einem Dorans-Blade rushen. Ist also schon, kann man jetzt darüber diskutieren, es skaliert mit Bonus-AD, also ein Item, was richtig gut wird, wenn ihr viel AD gekauft habt. Aber ich denke, wenn ihr direkt am Anfang dieses Item rusht und 22 Damage von allem reduziert, ist das definitiv eigentlich auch schon kein schlechtes Early-Game-Item, hätte ich gesagt. Denn es geht aber auch noch weiter. Und zwar die zweite Passive. Die zweite Passive ist so, dass ihr, wenn ihr von 3 Gegnern umzingelt seid, beziehungsweise in eurer Nähe sind, dann könnt ihr einen Out-Attack machen und dieser Wert wird verdreifacht. Ja, von 22 auf 66 Damage wird geblockt. Von allem. Ja, von Attacks und von Abilities. Das heißt, ihr seht, wir machen jetzt den Out-Attack. Bam. Ja, das ist es jetzt. Jetzt haben wir quasi dieses Schild. Das Wichtige, was hierbei ist, normalerweise sollte das jetzt nicht die ganze Zeit refreshen, wenn ich mich, hier, Refreshing on Takedown. Er scheint direkt schon verbuggt zu sein. Es refresht einfach permanent. Ist natürlich, obwohl ich habe es hier anders, daran wird es wahrscheinlich liegen. Moment. Okay. Er ist refreshed, wenn ihr einen Takedown macht. Das heißt, wenn ihr mit Riven reingeht und alles umbringt, dann wird es die ganze Zeit um 6 Sekunden immer wieder refreshed. Super coole Mechanik, muss ich sagen. Klingt für mich allerdings etwas broken. Ja, wir können ja einfach das Ganze mal nachempfinden. Wenn eine Riven jetzt ordentlich AD kaufen würde, das heißt, ja, ist immer schwierig, was sie kauft, beziehungsweise unterschiedlich, aber nicht selten wird der Black Cleaver gebaut. Auch hier sowas wird mal gebaut. Gehen wir jetzt einfach noch auf Tiamat. Ach, so, Tiamat können wir nicht kaufen. Wir kaufen einfach mal hier noch einen Blutdürster. Ist ja gar nicht so wild, ne? Und einfach mal Schuhe dabei. Das heißt, wir kommen auf einen AD-Wert von 325, was definitiv ausbaubar ist, beziehungsweise wir können das hier nochmal wegschmeißen. Da können wir, kaufen wir einfach noch einen Blutdürster. Und wenn wir das Ganze jetzt mal hier sehen, blocken wir mit diesen Items 60 Damage normal und 180 pro Hit. Das ist absolut tasty, muss man sagen. Wir können uns hier einfach mal... Okay, die Riven wird wahrscheinlich, äh, beziehungsweise die Edge wird wahrscheinlich nicht besonders viel Schaden an mir verursachen. Wir machen das hier mal aus. Na ja, wir sehen, da steht jedes Mal minus 60 einfach. Da freuen sich auf jeden Fall auch Articareys drüber, ne? Weil die machen natürlich viele Hits. Was... Man kann also klar sagen, wogegen ist das Item nämlich schwach? Schwach ist es gegen Items wie die Weiger-Ultimate als Beispiel, ne? Es blockt 60 Damage einmal. Da kommt so ein Komet drauf, wird 60 reduziert. Okay. Stark ist dieses Ding vor allem gegen Champions, die tausendmal angreifen oder dort Champions werden gerippt sein. Ja, ein Timo und Malza die ganze Zeit dort, dort, dort. Ich denke, das wird jedes Mal reduziert werden. Oder auch eine Ash, die dich... Oder Kallister, die dich 30 Mal angreifen, könnte ziemlich crazy sein. Natürlich könnte man jetzt auch direkt überlegen, hey, was ist denn mit Jhin? Jhin stackt 1000 Millionen AD. Wäre das nicht genau das richtige Item für Jhin? Vielleicht. Man muss sagen, Riot hat schon gesagt, die Range, um dir das auszulösen, ist relativ gering. Das heißt, wenn du jetzt wirklich mit Jhin diesen Proc haben willst, dann musst du so stehen. Als Beispiel. Ungefähr. Ah, übertreiben wir nicht, sagen wir so. Dann würdest du dieses Schild bekommen. Man könnte auch so sagen. Ja, ne? Das wären auch noch drei Stück. Dann würdest du das Schild bekommen, aber wenn du so nah an den Gegnern dran bist, wirst du wahrscheinlich tot soll. Gehe ich mal sehr, sehr stark von aus. Du willst also normalerweise nicht da reingehen. Trotzdem wäre es ein gutes Item für Jhin. Ein gutes Item vielleicht auch für Champs wie Talon und Zed. Allerdings, muss man sagen, sind das, glaube ich, nicht die richtigen Champions für dieses Item. Weil, ja, wenn du reingehst, du meistens bist du eh tot, wenn du dann gefokust wirst. Ob du dann jetzt 60 weniger kriegst, ja, könnte interessant werden. Müssen wir mal schauen. Schauen wir uns das nächste Item an, meine Freunde. Das wird nämlich auch ebenfalls sehr, sehr interessant werden. Und zwar ist das nämlich der gute Atmas Fehler, meine Freunde. Ja, Atmas Reckoning. Dieses Item gab es schon mal. War ein bisschen anders. Hat AD und Crit gegeben. Also komplett weird. Jetzt gibt es für 2.900 Gold, Bildwig ist auch echt crazy, 25 AD, also relativ wenig. 30 Amor, 30 Magier Essence, aber auch eine zusätzliche Passive, die auch ziemlich cool ist. Und zwar ist es so, dass wenn ihr Infight seid, bekommt ihr pro Sekunde 0,5% eurer maximalen HP als AD dazu. Ja, das heißt, ihr seht 8 Attack Damage und das Stack bis zu 2,5%, 40 AD hoch. Ja, wir sehen hier unsere AD, zack, wird die ganze Zeit höher, mit jedem Stack wird es höher. Wir können ja auch hier mal ein bisschen so nachempfinden, wie das so wäre. Also ein Champion, der sowas bauen könnte, der hat mal locker vielleicht, ja, sagen wir mal so 3500 AP, sollte keine Seltenheit sein. Ein bisschen können wir hier auf Limper noch drauflegen, würde ich sagen. Machen wir hier noch, machen wir mal so. Also, schon oft genug Champions mit so viel AP gesehen. Der kauft sich sowas und er kriegt einfach durch dieses Item 90 fucking AD dazu, obwohl er gleichzeitig Tankstats bekommt und nochmal 25 AD drauf ist. Und ihr müsst ja nur in Fight sein, ja, das heißt hier, das ist schon heftig. Ich meine, es gab einen Grund, warum das Ding damals entfernt wurde, weil es broken war. Welche Champions werden dieses Item bauen? Champions, die einfach Full Tank gehen, wie Darius. Darius, Darius, G, 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 kann man jetzt schon sagen. Skana, Garen, Shyvana, Shyvana, G, G, G. Shyvana geht einfach Full Tank mit diesem Ding. Also, meistens gehen sie aktuell nicht Full Tank, aber sie könnte mal Full Tank damit gehen. Na ja, sie hat übel viel AD, kriege ich sie, obwohl sie 4000 AP hat. Wir können ja mal, wir wollen aber fair sein, ich bin ja nicht immer dieser Konstrukteur. Wir gehen einfach mal ein bisschen, ja, in eine andere Welt, ja, sagen wir 2400 AP. Bei 2400 AP würden wir ebenfalls 60 AD dazu bekommen, 60 AD, holy shit. Na ja, das ist auch echt viel. Dann kommen wir nämlich auf 85 AD. 85 AD, das ist ein Item, was 3000 Gold kostet, ja. Und Tank Stats gibt, es gibt Tank Stats. Ein Item wie Blutdürster kostet 3500 und gibt 80 AD. Und das hier 2400 AP ist für den Tank wirklich wenig, wirklich, wirklich wenig. Also, dieses Item könnte absolut gestört werden. Ja, wie gesagt, es wurde damals entfernt, weil es gestört war. Die Zeit haben wir schon mal gehabt. Da war es ein bisschen anders, jetzt muss es stacken. Damals war es immer direkt, ne. Du hast einfach sofort deinen Prozentualen Wert gehabt. Ich glaube, es waren damals 1,5 Prozent. Aber gut. Was ebenfalls scandert wird, ist Sterax. Sterax, also es wird natürlich viel scandert, aber Sterax ist ein Item, was aktuell nur auf einigen Champions gut ist. Vor allem die, die viel Base AD haben. Da ist ja auch nur Base AD gewährt. Und für Trinity Champions, ja. Weil Trinity Champions, die bauen das Sheen quasi. Und das Sheen wird scaled mit Base AD. Jetzt haben wir es. Und Base AD wird durch Sterax erhöht, so. Ja, und das war also quasi immer nur ein Item mehr oder weniger für Trinity User. Und jetzt ist das Ganze umgeändert worden. Ihr bekommt jetzt 50 Prozent von eurer Base Attack Damage als Bonus Attack Damage. Würde ich das jetzt quasi kaufen, steht hier, würde ich 35 AD bekommen. Ist eine interessante Geschichte. Eröffnet vielen Champions jetzt die Möglichkeit, dieses Item zu kaufen. Wird auf jeden Fall interessant werden. Und ja, diese Items, ganz, ganz wichtig zu sagen, es ist der PBE. Ne, man kann jetzt sagen, boah, Tobi hat gesagt, das ist broken, der kriegt sau viel AD. Und vielleicht ist das auch so. Aber es ist der PBE, es wird jetzt erst getestet. Man muss jetzt schauen, wie wird sich das Ganze entwickeln. Werden Artic Carries das abusen? Ist die Reichweite zu groß? Muss die verringert werden? Ist Atmas zu stark? Also, deswegen darf man nicht immer direkt schreien, okay, lol, wird zerstört oder irgendwas, ne. Der Test-Server ist da, um solche Sachen auszutesten. Deswegen, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, was hier so passieren wird. Aber wir sollten hier nicht vorheilige Schlüsse ziehen. Aber ich sage euch, Atmasfehler ist broken. Und damit verabschiede ich mich und meine Waldmeister-Braserung. Auf Wiedersehen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.